Lass von in dem Offloader Fackel da ist Ruhe von Lass im Haus Sollt ihr Sirenen anmachen, Fronti? Wie weit ist denn er weg? 3 Meter, gefühlt 120 Meter Das M900, ne? Ja Ach, der Offloader denn da? Der hat sich jetzt festgefahren Aber ich kippte da auf Ziftklamotten an Tut das so, als wenn er landet? Weiß ich nicht Siehst du den Offloader noch? Jo Auf 18 Grad von uns 100 Meter Er soll landen Er möchte nicht Schieß, 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 halt voll drauf Oh Der ist ins Windrad, der ist ins Windrad geflogen Golfklimatik von der letzten Dispatch Andere Angelo Feuerball Eher Er Er Lass Er